Sport und Freizeit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das sind ja zwei Sachen, die sehr viel miteinander zu tun haben. Und gerade im Jahr der Olympiade sollte man eigentlich nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitmachen. Das neueste Freizeit-Journal von Ihrem Goet Warenhaus, das gerade in den nächsten Tagen von der Post verteilt wird, enthalten einige Anregungen dafür und natürlich noch ganz aktuelle Freizeit-Mode für den Sommer. So, und jetzt erkläre ich Goet Freizeitolympiade für eröffnet. Fröhliche Spiele im oder am Wasser. Mit Bad Hosen, die sitzen, auch wenn es wild zugeht. Für die Weltmeister im Braunwerden hat das Goet Warenhaus das richtige Material. Modische Einteiler, Bikinis oder Body-Shorts. Aber aufpassen, einen Sonnenbrand kann es trotzdem geben. Am besten spielt man natürlich mit den Ausrüstungen der Profis. Goet führt die bekanntesten Tennis-Marken zu freundschaftlichen Preisen. Die offizielle Verpflegung kommt vom Goldmetzger. Den Grill und alles drum und dran findet man im Goet Warenhaus. Das Jogging, eine sehr beliebte Freizeitdisziplin, steht auf und macht fit. Besonders schnell ist man in diesen leichten Shirts und Shorts. Und jetzt zeigen wir Ihnen noch ein paar Beispiele aus dem grossen Freizeit-Mode-Angebot von Ihrem Goet Warenhaus. Besonders aktuell sind T-Shirts, Netz-T-Shirts und Chiles in kräftig fröhlichen Farben. Und vor allem auch Shorts und komfortable Permudas. Aber auch um einen spannenden Wettbewerb können Sie jetzt teilnehmen. Nehmen Sie den Freizeitpass aus Ihrem Prospekt und gehen Sie damit ins Goet Warenhaus. Und gewinnen Sie mit einem kleinen Glück einen von diesen schönen Preisen. Oder vielleicht sogar eine 14-tägige Reise nach Griechenland für zwei Personen. Auch Kinder können wieder mitmachen. Holen Sie in Ihrem Goet Warenhaus einen so einen Bastelbogen. Und zeigen Sie uns, wie Sie eine Siegerehrung an den Olympiaden vorstellt. Auch hier gibt es wieder tolle Preise, um zu gewinnen. So, und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spass bei Sport und Spiel bei den Goet-Freizeit-Olympiaden im Goet-Warenhaus. Jetzt sind Sie da. Die Erdbeere, auf die Sie sich schon so lange gefreut haben. Ich habe einen Vorschlag für ein Dessert. Wir haben aus Eier, Mehl, Milch, Zucker und ein bisschen Salz einen glatten Teig gerüchert. Sie sollten diesen Teig nie zu fest schlagen, sonst wird er zähre. Und dann, dreiviertel Stunde, lassen Sie stehen. Im Pfähnchen lassen wir jetzt ein bisschen Anken verlaufen. Und dann, pro Crêpe, einen so hellen Teig reingeben. Gleichmässig verlaufen lassen. Und die Crêpe auf beiden Seiten gleichmässig braun backen. Wenn die Crêpe fertig sind, dann kommt der stiftgeschlagene Rahm unter die Erdbeere. Wir füllen die Masse in die Crêpe, schlagen eine Hälfte drüber und garnieren dann mit dem Rest des Rahms und einer Erdbeere. Das Rezept, Sie wissen es anfangs, steht in der Goet-Zeitung. Eine gute. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Goet-Alli-Picanta- und Crêsi-Essig jetzt 40 Rappen günstiger. Bonjour Margarine mit 10% Butter statt 3,60% nur 3,10%. Bonjour Fit Minarine statt 1,45% nur 1,15%. Rahm Glacetorte Gold Star Vacherin Vanille Erdbeere statt 12,20% nur 9,70%. Und noch morgen, über morgen und am Samstag ein Marmor Cake statt 2,90% nur 2,20%. Ein Mandelstollen statt 4,10% nur 3,30%. Golden Delicious Söpfel Klasse 1, Tragtaschen an 2,5 kg, 5,75%. Auf Wiedersehen! Golden Delicious Söpfel Klasse 1, Tragtaschen an 1, Tragtaschen an 1, Tragtaschen an 2, Tragtaschen an 1, 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 Tragtaschen an 2, Tragtaschen an 1, 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 Tragtus an 1, Tragt